Hallo, diese Woche ist Software-Harchitecture im Stream am Donnerstag. Im Trailer ist es leider noch falsch. Am Freitag habe ich Nicole Rauch eingeladen zu Software-Harchitecture im Stream. Nicole, möchtest du ein paar Worte über dich sagen? Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Ich bin schon sehr gespannt. Und ja, zu meiner Person. Ich heiße Nicole Rauch. Ich bin Softwareentwicklerin und Softwareentwicklungscoach. Das heißt, ich mache technische Coachings und auch Trainings. Genau. Und kannst du schon sagen, worüber wir Freitag reden werden? Ja, ich habe gedacht, wir reden ein bisschen über Domain-Driven Design und Event-Storming. Und dann gibt es noch ein Thema, was ich finde, das total gut dazu passt, aber was leider sehr unbekannt ist. Und das ist Specification by Example. Und ich habe gedacht, vielleicht kann ich das dann noch gleich mit da reinmogeln in unsere Themen-Sammlung. Super. Hört sich sehr interessant an und ich freue mich auf Freitag. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank.